Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Walking Dead. Ich glaube, ich werde die Folge heute etwas kurz halten, denn ich habe mich erkältet. Also nicht wundern, wenn die jetzt ein bisschen kürzer ist als sonst. Oder ich vielleicht sogar anders klinge, ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber wir schauen mal. Letzte Folge. Wir sollten ausbrechen, ne? So. Ich habe... Oh Gott. Wir durchsuchen das mal. Egal. Ne, wir sollten doch raus. Wir sollten doch irgendwas draußen anmachen, oder? Okay. Huch. Steuerung. Ja, geh mal da lang, Mädchen. Okay, gut, dann mache ich das doch an. Oh-oh. What's wrong? Okay. No, 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 no. No, no, no. Where are they? Da. Come on, come on. Please work. Soll ich das jetzt verstecken? Schnell, Klamas. Oh, das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Oh, das ist nicht mehr. You want to throw away the life? I'm trying to fill for us all and fucking fine I'm gonna run off with this dog shit group of crippled fucks, then fine be my guest But I will put a bullet in you and that baby before I let you leave Schießen Get back Come on, Luke. This ain't none of your business. This is just a bit of a custody battle we got on our hands here. We should tie him up. Yeah, yeah, okay. Okay, we got any rope Kenny Er hat dann Ja, wie süß, so kann man es auch machen, ne So kann man es auch machen Okay, Kenny Der Gute macht ihn jetzt richtig zur Sau Okay, dann aufzusappeln und mach Okay, dann aufzusappeln und mach Okay, dann aufzusappeln und mach Look at you Fuckin ingrates You don't even know how good you got it That's all right You'll learn You'll learn Who do you think you're fooling, huh? I know you I know who you are Let's go Let's go Yeah, go on Let the sheep out of the pen We'll see how long that lasts I'll be right there You won't see anything You won't see anything That's funny Coming from you How's that eye Just follow my voice It'll get you there You got a thick fucking skull, Kenneth Should have put you out of your misery right then Oh Okay Warum ist Becky geblieben? Ja 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 Wir müssen uns einschmieren mit dem Zeug Ja Wir müssen uns einschmieren mit dem Zeug Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich einschmiert Ja Ja Und du schmierst dich bitte auch ein Das soll's auch Ja Das soll sein Nein Nein Das soll sein Das soll sein was fuck you talking about I told you I wanted to get out you said you'd help then I'd help I thought you meant get out of the pen not whatever the fuck this shit is I did but now we can leave joy you can come with us what well where would we go away from here together man you smell really bad you gotta get a bath before we oh come on don't make any noise got it they might hear something they don't like and for fuck's sake oh god oh that's how big it's on and you will get over here i need more ammo oh we got this is that david where's bill oh god oh god oh god oh god oh god i don't know i don't know oh 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 god oh god Scheiße ihr Papi! Hack ihre Hand ab jetzt! Jetzt sofort! Guck nicht so! Hack ihre Hand ab! Jetzt! Einmal durch da! Oh shit! Mach doch! Oh mein Gott! Lauf! Ähm... Die Musik... Huch! Äh... Ja, gut. Die Musik... Sarah's Glasses. Sie wird jemanden getötet! Du musst nicht auf die Radio nehmen. Carver würde mich nicht so schrauben. Natürlich hätte ich. Keine Ahnung, was diese Scheiße getan hat für dich. Wie sieht es aus? Ich bin immer noch schön, wenn das wiederholt? Du musst nach dem Walker gehen, ohne alle anderen schrauben. Was sollst du? Nicht jetzt! Nicht jetzt, Dirk! Oha! Okay, meine Entscheidungen sind wieder supi. Ich hab... Ich weiß nicht, warum das so ist. Sofort fahren. Wow, okay. Ich lass das eben durchlaufen und dann... Dann geht's weiter, ne? Also das... Die Folge ist jetzt auch nicht zu Ende. Es geht gleich weiter. Ihr könnt gerne Web-Vorsprung oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall lass ich das schnell durchlaufen und dann geht's weiter. Bis gleich! Bis gleich! bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wo sind die anderen? I know he probably didn't mean it, but it was scary I've been nervous to even go near him what you think he's gonna shoot you the way he is right now I don't know. Maybe he's not acting rationally. I should go talk to him This is my fault. Hey, you did what you thought was right. That's all anyone can do in that situation Sorry to God wherever you are. Please forgive me. I can't be alone again Hi Kenny You think I don't know what y'all are whispering about over there What's wrong with Kenny? Why is Kenny acting that way? Do you think Kenny's okay? It's all I hear from anyone anymore I'm just worried about you Worried, huh? Well, that's nice of you, seeing as this was your fault in the first place Being angry won't help anything No, because it's sure as hell helping me I don't think I'll be sure I Tried to save her You think because you're a little girl you can just get people killed and no one will care that because you're sorry It'll all magically go away That's not how it works I don't think he is a good thing Und er ist wirklich verrückt bei mir. Clem, du kannst nur noch nicht erwarten, dass er zurückkommt. Das Mann ist durch. At least du versuchst. Still, es nicht genau helfen, dass wir uns herausfinden, was wir jetzt machen können. Wir haben keine Essen, keine Wasser. Es wird verdammt kohol. Und wir verlieren die Sonne schnell. Wenn die anderen zurückkommen, sie wissen, was zu tun. Luke hat einen Plan. Ich dachte, Kenny hat einen Plan. Mike. Bonnie. Mike hat einen Punkt. Du kannst nur noch sitzen und warten. Es sind sehr schwierig, gerade jetzt. Und bald wird ein Baby auf deinen Händen, auch. Was? Du wirst plötzlich versuchen, dich zu bemerken? Wir sollten nachdenken, Luke, Sarah und Nick. Wenn sie in Probleme haben, wir können sie helfen. Clementine ist richtig. Nach allem, nach allem, nach allem, wenn es eine Chance ist, sie noch alive sind. Wir müssen es nehmen. Ich gehe. Clem kann mit mir kommen. Danke. Listen, Rebecca. Wenn irgendwas falsch ist, hast du etwas zu schützen? Ich habe das. Du denkst, ich muss... Ich weiß, aber du musst es halten. Kommt, Clem. Ich hoffe, wir finden sie lebend. Ich hoffe, wir finden sie lebend. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss in der Nacht. Ich weiß nicht, über das. Wir sollten nicht geben, bevor wir uns schauen. Okay. Okay. But I wanted to talk to you, away from them. You wouldn't have made it this far if you weren't smart. But I still... Ich muss nur sagen, dass das Grupp ist. Ich habe es schon gesehen. Und, äh, oft ist es besser sein zu sein. Mhm. Ich weiß, dass du, was ich spreche. Du willst nicht hier sein, wenn sie sich auf einen anderen starten. Das sind gute Leute. Wir helfen uns. Ich kann nicht das. Du wärst überraschst. Wie viel Hilfe wird Kenny geben? Was er überrascht? Er ist mehr ein Liability als alles. Und Rebecca... ...situation... ... ist nicht besser zu machen, da hinten. Du hast genug Menschen verletzt, ... und alles du hast, sind die Entscheidungen verletzt. Hast du dir das ganze Zeit gehalten? Natürlich nicht. Aber manchmal musst du lernen. Ich versuchte dir diese Probleme. ... ... und ich liebe die meisten Leute in deinem Team. Aber die Gruppen verletzt werden. Die Menschen verletzt werden. Dann, warum hast du mich mit dir gebracht? Ich versuchte dir die Tools, die du musst, wenn du willst. Wie dein Jacket. ... und es sieht warm aus. Aber ein Walker wird direkt durch das. ... ... ... ... ... ... ... ... Es ist lustig. Es ist wirklich leicht zu sein. Oh? Sie wissen... ...hide ihr Toys... ...hiergültige Hautfarbe... ...hiergültige Hautfarbe... ...hiergültige Hautfarbe... ...hiergültige Hautfarbe... ...hiergültige Hautfarbe... ...hiergültige, ich sollte es rausgehen. Ist das wirklich was es wie, eine Freundin zu haben? Nein! Nein! Es ist nicht alles schlecht. Aber... ...was kann ich machen? Sie dachte, ich war ihr beste Freund. Was? Was? Oh, okay. ...hiergültige Hautfarbe. Ja, wir sollten sie rausgehen. Aber du weißt, warum, nicht? Nur weil sie frisch sind. Schau mal. Die Valkars sind ein Verziger. Sie sind schütztierter Karten und die alten Pagern. Aber diese Valkars sind nicht Valkars schon lange vor. Sie waren Survivor. Sie sind ein Verziger. Sie waren schwirr. Sie sind ein Verzigerang. Sie sind ein Verzigerang. Sie sind ein Verzigerang. Sie sind nicht verdient. Sie sind es, was andere hijo hat. Ich director mal. Ich sitze hier da. So... Führerscheine. Sie sind immer so schlecht. Sie sind in da. Aber Sie sind nicht wie sie. Das macht mich überraschend. Es ist immer einfach. Aber ich weiß nicht, wie es sein soll. Das ist es. Ein Fisch. Diese Sachen sind großartig. Ein Fisch. Ein Fisch. Sie haben immer eine in der Hand. Ich habe meine Hande, wenn ich in die Hand bin. Ich werde niemals zu sicher mit diesen Sachen. Hier, gib mir eine Hand. Was? Diese Schlecher! Sie sind Sarah. Sieht sich, dass deine Freundin nicht so erhebte. Entschuldigung. Ich weiß nicht was du dir. Alles wir wissen, ist, dass sie hier war. Es könnte ein gutes Zeichen sein. Nicht auf deine Hoffnung an. Oh nooo Oh no Oh no Oh no Oh no Rude Oh no Es ist okay, es ist fertig. Wenn es zu sein ist, wenn Luke oder Sarah oder jemanden zu sein muss, dann muss er sich bereit sein. Kein Hesitation. Oh, mein Gott. Du kennst das, nicht wahr? Es wird niemals leichter, nicht wahr? Das ist nicht für mich. Das Hachet von deinem, scheint zu verletzen. Es wird dich verletzt. Hier, benutze das. Sehr effektiv. Wir können das machen. Wir können das nicht so gut sein. Die Pache ist schnauert. Ich bin bereit. Ich weiß, dass du bist. Wir müssen besser schauen. Wir müssen die Pache sehen. Wie ist es, du den einen nahen, dann werde ich die Pache auf den anderen runter. Geh, geht es! Ich habe einen schönen Teil in deinem Arsenaal. Bäh! Sie sind immer noch da. Vielleicht können wir sie gehen. Mal sehen, ob wir etwas finden da. Ich bin froh, dass du aufhören kannst. Ja, die meisten dieser Leute haben nichts mit ihnen, aber es ist wert, wenn es nicht zu riskiert ist. Okay, jetzt muss es mal nur noch die weggehen. Ja. Ja, genau. Ja, okay, Langbahn. Hä? Okay, ich glaube, das Auto ist da. Können wir hier irgendwas machen? Hupen oder so. Ich bin hier. Dammit, ich mach das. Ich finde, ich kann das nicht machen. Wir finden ein Weg, um es zu halten. So, haben wir hier irgendwo einen Stock oder so? Ich brauche ein Stück oder so. Achso, ja, das weiß ich doch. Ich habe noch was, nur kann ich nicht weiter als hier und ich bin hier sonst nichts. Was denkst du? Wenn wir ihn auf die Hörn legen, wird es immer wieder schlafen und schlafen die Walken. Just like moths to a flame. Give me a hand. Du kannst dich auf die Hörnchen und schlafen. Uh-huh. Es funktioniert! Komm schon! 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 Herr Schatz! Komm schon! Komm schon! Help me block this! Hurry! Sarah, please! Who's out there? Luke! Clem? Oh, thank God. Did Nick find you? He made a run for it. Looking for help. I... I saw him outside. Look, he was out there. But we took care of him. You know. Fuck! Fuck! When I heard y'all banging through the door... Luke, where's Sarah? I don't know what to do about her. What's the matter? You gotta help. What's the good person? Sarah, look. Look, it's Clem. See, it's just like I told you. They're okay. Sarah, come on. We have to go now. I don't know what to do. I don't know what to do. I can't snap her out of it. I don't know what to do. I can't snap her out of it. I can't snap her out of it. Okay, I tried to carry her, but I guess Carver messed me up pretty good back there. I don't know. I don't know. It's just after Carlos, she just lost it. Started running through the woods like a maniac. I got chased her for I don't know how long. And then while she saw this mobile home made a beeline right for her. I'm just glad y'all are here. Uh-oh. Sarah, I don't know what to do yet. I don't know what to do yet. What are we going to do about her? We've got to do something. Maybe she'll listen to me. Maybe. Listen, I, uh, they're going to tear this place open pretty soon. We can't stay. So we got to get her up or we got to. Well, I've been trying. I've been trying for hours. I could barely get her to look at me. Clam? Okay. Uh, yeah. Huh? Sarah, it's me. Hi. You helped me when we first met. Now I want to help you. I hate that I've lost so many people. But it's made me stronger. I've learned to take care of myself. Things aren't like they were before. Everything is hard now. You say that like it's so easy. Not everyone can be like you. But you can be too, Sarah. We wish that were true. Crap, we're surrounded. What? What about the skylight? All we got. Clam? There's no time! Clam. Listen, Jane might be right. When everything started, I met my friend Lee. He tried to help me find my parents. He protected me more than anyone else in my whole life. He died to keep me safe. I was so scared. But you're still here. Because he taught me to be strong. Even when I'm scared. Because he wanted me to live. And your dad protected you because he wanted you to live. He would still want that. Get to the skylight! Now! Come on! I'll boost you! What's going on back there? My ribs! We're gonna need something to stand on. Luke! Get over here! Help me hold this! Clem! See what you can find! Can we use this? It's not big enough! Hey, you have a son. Can we use that? Yeah. That would work. What? Oh shit. Okay. Ready? On three. One. Two. Three! Clem! Clem, help her! Help Jane! Okay, go! 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 Keep pushing! Go! Shit! It's through! Luke! You first. We need you up top. We need you up top. Okay, come on! Clem! Sarah! We have to go! Are you listening? I can't do it. I can't do it. Now, Clementine! If she doesn't want to go, you can't make her. Don't let her take you down too. Not again. I can't do it. I can't! I can't! I can't! I can't! I can't! That is! Snap out of it, Sarah! Please! You can't save her, Clem. We have to go. Believe me. I know about this. Hurry up! Move! 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 Clementine! Grab her! Ah! 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 Oh God, so done! Ah! Ah! We gotta go! Sarah! Come on! Oh God, so done. Ah! 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 Look, I hate to ask this, but... I'll run away. Are we there yet? We're not far. Look, Sarah. You can get through this. We both will. But... I'm not okay. Just try. Can you do that? She just needs a little time, Clem. Leave her be for a bit. I don't know about this. The way she is, she's gonna cause problems. What happened in there? When we went in there, you were ready to help. But then, something changed. Look, I just... I'd seen that kind of thing before. I just didn't want to stick around for the bitter end. Sorry. I... I don't mean to sound harsh. Does that mean you'd turn on me? If I was hurt or something? No. I mean... Clem. I wouldn't have to. And just because you got her out of there today, doesn't mean you saved her. Trust me. I tried to save Jamie too, but she... gave up. Okay. I just... I can't believe it. As soon as you guys said go, I was the first one up on the room. Like I had already made up my mind. Luke. You can't let it eat away at you. Well, I can't forget it. I dragged my sister across four states. And every morning she'd say she wasn't getting up. So I'd convince her. Or push her. Or goddamn carry her if I had to. Until this time... Walkers cornered us. Forced us up to the roof. And when they kept coming, I... I couldn't make her jump. Couldn't throw her. So I tried something else. I told her she could have what she wanted. And I left her there. Jumped to the next building over by myself. You left your sister? Did she get turned? Do you know? When she didn't follow me over, I didn't have the guts to go back and see for myself. It killed me for a long time. But I finally realized that I'd put her on a forced march through hell. When all she really wanted was for me to let her go. Sarah was that way too. Jane? No regard for her own safety. Or ours. I hope I did the right thing. I think you did. Come on. Let's get back to your friends. Son of a bitch. You found him? Yeah, I'm a little amazed myself. Tell you the truth. If it weren't for Clem and Jane, well, I don't know what would have happened. Sarah, how you doing, hon? That's okay, sweetie. Whenever you're ready. I'm just glad you're here. But wait, wait. Where's Nick? Rebecca, how about we go for a walk? For a minute. Let's just give him some space. I have something I need to talk to you about, too. No. No. I ain't gonna sugarcoat this. That baby's coming even faster than Rebecca's letting on. But I was hoping you might know. Does Luke know anything about babies? Uh... Has he, I don't know, mentioned Carlos teaching him anything? Penny had a family. He could help. Where is he? He went in there after he left. Said he needed a minute by himself. I ain't seen him since. I don't think he's doing well. I'll go in there. Thank you, Clem. I really do think that might be best. So, then I would say, we're going in the next episode. I said, we're going to make the episode a little bit shorter. Now we're at one hour. Well, then I thank you for the time. And I'm excited to see, what the Candy there is. And if we can do it again a little bit shorter and if he can help us. Good. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Und danke. Und tschaui. Tschaui. Tschaui.